Vom inhabergeführten Einzelhandel bis zum Großkonzern. Die unerschöpflichen Möglichkeiten digitaler Dienste helfen, allen im Wettbewerb zu bestehen und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Datenzugriffe mit maximaler Geschwindigkeit und Stabilität sparen dabei Zeit und Geld. Das kann schnell zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden. Die Anforderungen an Datenleitungen und Netzwerke, insbesondere im gewerblichen Umfeld, wachsen stetig. Viele klassische Technologien werden durch digitale Neuerungen ersetzt und erweitert. Die direkte Anbindung an ein modernes Glasfasernetz eröffnet so eine neue Welt der Datennutzung. Klobige, teure Telefonanlagen können direkt durch kompakte, komplexe, virtuelle Systeme mit bester Klangqualität ersetzt werden. Sprache ist dabei längst nicht das einzige Kommunikationsmittel. Videotelefonie zum Beispiel für globale Konferenzen spart Zeit, Geld und steigert die Flexibilität. Den größten Vorteil hat ein Glasfasernetz im Bereich des Datenverkehrs. Symmetrischer Up- und Download in ungeahnter Geschwindigkeit, auch dann noch, wenn im LAN und im WLAN bereits viele Mitarbeiter und Gäste parallel unterwegs sind. Die Nutzung von Cloud-Diensten für Backups, Datenaustausch und flexible Software-as-a-Service-Modelle wird durch schnelle und stabile Datenübertragung überhaupt erst effektiv möglich. Dabei profitieren alle internetbasierten Anwendungen. Vom Firmenwebserver über Kundenportale bis zu Online-Buchungen und Shop-Systemen. Kostenintensive lokale Lösungen können günstig ausgelagert werden. Zum Beispiel kann die Telekommunikationsanlage auch komplett in die Cloud verschoben werden. Mit der richtigen Anbindung lassen sich noch mehr Dienste kostengünstig auslagern. Externe Rechenzentren für CRM und Warenwirtschaft mit den Reaktionszeiten eines lokalen Systems. IT-Systeme und Anlagen können aus der Ferne unabhängig von der Tageszeit gewartet werden. Software-Updates behindern nicht länger die wertvolle Kernarbeitszeit. Mit IP-basierten Überwachungssystemen bleibt auch externen Sicherheitsfirmen kein nächtlicher Eindringling unbemerkt. Dem Wachstum Ihres Unternehmens sind damit technisch keine Grenzen mehr gesetzt und dank leistungsstarker Glasfaser-Anbindung muss an Ihrer Datenversorgung nichts geändert werden. Je mehr Mitarbeiter und zusätzliche Firmensitze auf der ganzen Welt hinzukommen, desto höher auch die Anforderungen an die Bandbreite und die Netzwerktechnik. Mit modernen Technologien wie Multi-Protokoll-Label-Switching und Carrier-Ethernet lassen sich sichere interne Firmennetzwerke über Standorte hinweg aufbauen. Sind Mitarbeiter auch zu Hause per Glasfaser angebunden, landen die notwendigen Daten genauso schnell im Homeoffice wie am Arbeitsplatz. Verpassen Sie nicht den Anschluss an die Zukunft. Denn ein modernes Glasfasernetz hat die Leistungsfähigkeit, all diesen Anforderungen gerecht zu werden, mit genügend Reserven für zukünftige Innovationen. Geschwindigkeit, Stabilität, Sicherheit. Die Anforderungen an den Datenverkehr wachsen, Ihr Unternehmen auch mit einem modernen Glasfaseranschluss. Dein Untertitelung des ZDF, 2020